Unglaubliches Ergebnis, wieder eine ganz tolle Resonanz hier beim WEC Firmenlauf. Knapp 8000 Läuferinnen und Läufer waren heute hier und tolles Ergebnis, tolles Signal für die Stadt und wir sind super happy damit. Der Olaf passt ihn bestimmt gleich ab. 96, 36 Können wir nochmal alle Hände haben? Alle Hände! Ja! Zeig das Nachrichten der Stadt! Sehr gerne mal reingetrieben! Ja! Ja!